Ich begrüße Sie herzlich zur Logik. Wir hatten in der letzten Sitzung uns vor allen Dingen mit der logischen Äquivalenz beschäftigt. Das ist ein wichtiger Begriff der Logik, eine Abschwächung des Begriffs der Identität. Die logische Äquivalenz bedeutet, dass zwei Aussagen in logischer Hinsicht identisch sind und in logischer Hinsicht identisch sein bedeutet, dass alle logischen Eigenschaften oder alle logischen Eigenschaften ist nicht ganz richtig, weil sie ja unterschiedliche logischen Formen haben, aber wichtige logische Eigenschaften und wichtige logische Relationen bei logisch Äquivalenten Aussagen gleich sind. Insbesondere heißt das, logisch Äquivalente Aussagen haben die gleichen Folgerungsmengen und sie können aus den gleichen Prämissen gefolgert werden. Insofern sind sie eben logisch gleichwertig. Ich hatte mich dann noch mit dem Begriff des logischen Widerspruchs beschäftigt. Erst mit dem allgemeinen Widerspruchsbegriff, widersprüchlich oder in Widerspruch stehen Aussagen, die sich in einer Wahrheitskonkurrenz befinden, die sie also nicht gleichzeitig behaupten können. Und dann kann man diese Art der Konkurrenz spezifizieren zu dem konträren beziehungsweise dann kontradiktorischen Widerspruch und man kann sie auf der anderen Seite spezifizieren nach den Quellen dieses Widerspruchs, woran es also liegt, dass diese Aussagen in Wahrheitskonkurrenz stehen. Und beim logischen Widerspruch ist es eben so, dass sich die Quelle in einer logischen Form lokalisieren kann. Das ist nicht selbstverständlich, denn es gibt auch Aussagen, die einander widersprechen, obwohl sie von ihrer logischen Form her durchaus kompatibel wären und von ihren logischen Formen her kompatibel wären. Das sind die Dinge, die ich beim letzten Mal gemacht habe. Heute wird es dann wieder um stärker philosophische Dinge gehen, nachdem wir die letzten beiden metallogischen Begriffe besprochen haben werden. Zunächst aber sollen sie Gelegenheit haben, nochmal zurückzufragen, falls ihnen irgendwas noch auf dem Herzen liegt oder über die Leber gelaufen ist oder kognitive Dissonanz macht in ihrem Kopf. Sie sind zufrieden und mit sich logisch in Harmonie. Das freut mich. Gut, dann können wir weitermachen und zwar kommen wir jetzt zum Ausdruck der aussagenlogischen Konsistenz. Der Begriff der logischen Konsistenz ist ein Ausdruck, den wir durchaus fast im Alltag verwenden, wenn jemand sagt, aber das ist doch gar nicht konsistent, was du hier erzählst, das ist logisch nicht konsistent. Wir werden eben einen speziellen Fall der logischen Konsistenz jetzt kennenlernen, ähnlich wie das bei dem Widerspruch war, dem logischen Widerspruch, genauer dann eben den aussagenlogischen Widerspruch. So wird es heute bei der aussagenlogischen Konsistenz ebenfalls sein. Der Begriff der Konsistenz, das ist der Gegenbegriff zum Widerspruch. Das ist eben die Verträglichkeit. Zwei Aussagen sind irgendwie miteinander verträglich, wenn sie konsistent sind miteinander. Sie stehen eben nicht in einer Wahrheitskonkurrenz. Wenn Sie sich erinnern, dieser ein bisschen artifizielle Ausdruck Wahrheitskonkurrenz, den ich eingeführt habe, für den Widerspruch, das soll eben gerade nicht vorliegen, sondern die Aussagen können eben koexistieren, weil sie, die können miteinander bestehen, ohne sich gegenseitig wehzutun, sich in die Quere zu kommen. Metaphern haben wir hierfür genügend, für diese Weise des friedlichen Zusammenseins. Wieder handelt sich bei diesem Ausdruck nur um das Verhältnis zwischen Aussagen und das ist nicht informativ über die Wahrheit der Aussagen. Also wenn Sie wissen, zwei Aussagen sind konsistent, wissen Sie gar nichts darüber, ob die Aussagen wahr sind oder nicht wahr sind. Ich nehme erneut ein interessantes geografisches Beispiel. Zürich ist die Hauptstadt von Andorra. Das ist konsistent damit, Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Diese beiden Aussagen stehen in keinerlei Wahrheitskonkurrenz zueinander. Die vertragen sich bestens miteinander und ich werde Ihnen als Hausaufgabe geben, herauszufinden, welche von den beiden Aussagen wahr ist. Denn eine, so viel verrate ich schon, von den beiden Aussagen ist falsch. Aber das kann ich für die Übungen und für Sie zu Hause überlassen. Also aussagenlogische Konsistenz nun, das ist eine, Sie werden es schon ahnen, eine Art der Konsistenz, die eine, ja, muss man vorsichtig sein, eine Art der Konsistenz, die von den aussagenlogischen Formen herrückt. Das ist schon falsch, weil es nämlich, wir werden gleich sehen, warum das falsch ist, sondern man muss es genauer so sagen, wie es auf der Folie steht. Mit Blick auf aussagenlogische Formen findet man keine Inkonsistenz. Also nur mit Blick auf aussagenlogischen Formen findet Sie keine. Das heißt nicht, wenn Sie auf was anderes schauen, dass Sie doch eine Inkonsistenz finden. Also, das ist die Negation der Konträren, des konträren aussagenlogischen Widerspruchs. Also der konträre aussagenlogische Widerspruch, das war ja, dass A und B miteinander nicht wahr sein können, weil sie eben in dieser Konkurrenz stehen. Und analog ist es jetzt hier, das ist die Negation dieses konträren aussagenlogischen Widerspruchs, seien A und B Aussagen oder aussagenlogische Formeln. A und B sind aussagenlogisch konsistent genau dann, wenn A und B nicht aussagenlogisch falsch ist. Es ist also so, wenn Sie das A mit dem B durch die Konjunktion verbinden, dann finden Sie, wenn Sie nur nach den aussagenlogischen Formen schauen, keinen Widerspruch zwischen den beiden. Und insofern können Sie miteinander bestehen. Aber wie gesagt, das heißt nur, Sie finden auf dieser Ebene keine Spannung zwischen den beiden und das schließt nicht aus, dass Sie auf einer anderen Ebene Spannungen finden. Und das ist in der folgenden Bemerkung gesagt, die aussagenlogische Konsistenz impliziert nicht die Konsistenz der Aussagen. Das ist völlig sprachwidrig. Normalerweise, wenn man so ein Adjektiv hat und was qualifiziert, also ein brauner Hund ist natürlich ein Hund. Und hier ist es so, dass die aussagenlogische Konsistenz aber keine Konsistenz impliziert. Es kann konsistent sein, muss aber nicht konsistent sein. Das ist so ein bisschen stoßend, aber es ist nun mal so, weil eben mit dem Terminus aussagenlogisch hier die Quelle der Konsistenz genannt wird, aber eben, wenn das nur mit dem Blick darauf konsistent ist, kann es eben andere Quellen geben, die zur Inkonsistenz führen. Und ich bringe gleich ein Beispiel. Also, A, das Beispiel A, niemand kann dieses Buch in drei Tagen lesen. Das ist ein Beispiel aus dem Logikbuch, hat dort dieselbe Nummerierung. Niemand kann dieses Buch in drei Tagen lesen. Und B, eine fleißige Studentin kann dieses Buch in drei Tagen lesen. Nun, zweifellos stehen die beiden Aussagen im Widerspruch zueinander. Also, wenn das niemand kann, dann kann es auch keine fleißige Studentin. Nach A, während B sagt, es kann. Also, die beiden Aussagen sind natürlich nicht kompatibel miteinander. Irgendwas von beiden, die stehen in Wahrheitskonkurrenz, die sind inkonsistent miteinander. Von der Aussagenlogik her sind sie aber konsistent. Denn wenn Sie die feinkörnigste Form ansehen, von A und von B, niemand kann dieses Buch in drei Tagen lesen, da ist kein Jungtor dabei. Das heißt, die aussagenlogische Form ist einfach P. Und wenn Sie von B anschauen, eine fleißige Studentin kann dieses Buch in drei Tagen lesen, ist kein Jungtor dabei. Die aussagenlogische Form ist demnach einfach Q. Es gibt keine andere. Wenn Sie jetzt die Konjunktion bilden, ist das P und Q. Und das ist natürlich konsistent. P und Q ist natürlich kein Problem. Also, die beiden Aussagen, die bestehende Inkonsistenz von diesen Aussagen wird von der Aussagenlogik einfach nicht erfasst. Sie haben sozusagen die falsche Brille an. Sie schauen zu grob. Wenn Sie nur mit der Aussagenlogik schauen, dann sehen Sie nur die aussagenlogischen Formen. Dann sehen Sie die aussagenlogischen Formen, die sind verträglich miteinander. Und das führt Sie dazu zu sagen, auf der Ebene der Aussagenlogik finde ich keine Spannung und keine Konkurrenz zwischen den beiden. Aber das sagt natürlich nicht, wenn Sie genauer hinschauen, dass Sie nicht doch eine Spannung finden zwischen den beiden. Und das tun Sie eben, sobald Sie jetzt diese Sätze lesen, nicht nur die aussagenlogischen Formen anschauen, sondern sich fragen, was heißt denn das hier in drei Tagen lesen und niemand und eine fleißige Studentin kann aber, na, es wäre ein Widerspruch miteinander. Das sehen Sie einfach nicht auf der Ebene der Aussagenlogik, weil die Aussagenlogik einfach nur eine ganz grobe, sozusagen, Analyse dieser Sätze liefert, eine, die hinsichtlich dieses bestehenden Spannungsverhältnisses eben nicht tief genug bohrt. Die Aussagenlogik kann in diese Aussagen sozusagen inhaltlich, innen rein, nicht reinschauen, weil sie es nicht kann. Die Aussagenlogik kann in nur Aussagen reinschauen, sozusagen, um dieser Metapher zu bleiben, wenn Sie Teilaussagen und Jungtoren, dann sieht die Aussagenlogik das. Die sieht dann die Teilaussagen und die Jungtoren, wenn Sie die feinkörnigste logische Form nehmen. Und hier liegt das eben, der Widerspruch liegt eben nicht auf aussagenlogischer Ebene und deswegen sagt, aus der Perspektive der Aussagenlogik, wären diese beiden Aussagen konsistent miteinander. Also beim Abstraktionsprozess zur aussagenlogischen Form wird bei diesen beiden Aussagen von der Quelle der Inkonsistenz abstrahiert. Das ist so, wenn Sie einfach, das ist so ähnlich, wenn Sie eine rote Brille aufsetzen, dann sehen Sie einfach den Unterschied zwischen Weiß und Rot nicht mehr. Der ist dann einfach verschwunden und Sie müssen die Brille absetzen, wenn Sie einen Unterschied oder von Grau und Rot, den sehen Sie einfach nicht mehr, wenn Sie eine rote Brille aufsetzen. Und Sie setzen einfach eine Brille hier auf, wenn Sie mit der Aussagenlogik schauen, dass Sie nur die aussagenlogischen Formen noch sehen und alles andere ist wegabstrahiert. Und wenn das Wegabstrahierte zum Beispiel die Quelle der Inkonsistenz ist, dann sehen Sie das einfach nicht mehr. Deswegen muss man vorsichtig sein. Es ist sozusagen nicht super informativ, wenn man weiß, zwei Aussagen sind aussagenlogisch konsistent. Ja, da wissen Sie nur, ja gut, mit der Aussagenlogik sehe ich nichts, was inkonsistent ist, aber das sagt natürlich nichts, weil Sie generell nicht bloß an aussagenlogischer Konsistenz interessiert sind, sondern überhaupt an logischer Konsistenz. Und das sehen Sie mit der Aussagenlogik alleine nicht. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum der Begriff in Logikbüchern nicht besonders häufig vorkommt, der logischen Konsistenz. Ich habe ihn hier aber gebracht, weil man einfach exemplarisch daran lernen kann, diesen Begriff der Konsistenz und dass man eben die unterschiedlichen Quellen dort identifizieren kann, so ähnlich wie bei den Widerspruchsbegriffen. In diesem Fall mit Beispiel A und B würde die Prädikatenlogik die Inkonsistenz erfassen können. Das werden wir dann nachsehen. Die ganz Frühaufsteher werden schon gesehen haben, dass die Folien für die Prädikatenlogik bereits im Netz sind und Sie die runterladen können, im bewährten Dreipack-Format und im Sixpack-Format. Mit der Prädikatenlogik kann man das machen. Es gibt aber auch Inkonsistenzen, die Sie auch mit der Prädikatenlogik nicht erfassen können, die überhaupt nicht logisch erfasst werden können in einem engen Sinn von Logik, zum Beispiel Hans ist ein Riese versus Hans ist ein Zwerg. Da hilft Ihnen mit einem strengen Logikverständnis überhaupt keine Logik, weil es nämlich darauf ankommt, dass hier ein begrifflicher Widerspruch ist, nämlich dass das Wort Zwerg sich mit Riese nicht verträgt, auf die gleiche Person zum gleichen Zeitpunkt hin angewendet. Da müssen Sie das Wort verstehen und das bedeutet, wir befinden uns außerhalb der Logik, sondern wir befinden uns in der Semantik. Also in der Lehre von den Bedeutungen, das bedeutet hier, der Widerspruch entsteht deshalb, weil die Wörter Riese und Zwerg nicht gleichzeitig zum gleichen Zeitpunkt auf eine Person angewendet werden können. Also wir haben hier eine andere Quelle des Widerspruchs, eine Quelle, die Sie mit der Brille der Logik nicht sehen können. Deswegen natürlich ist die logische Analyse von Aussagen, aber auch von anderen Sätzen, ist die logische Analyse nicht das allerletzte Wort. Es kommt eben noch auf mehr an, es kann noch auf die Semantik ankommen und es kann je nach Kontext natürlich noch auf ganz andere Dinge ankommen, wie Sprache verwendet wird, auf stilistische Dinge, an Assoziationen, die gemacht werden in literarischen Texten, kommen Sie natürlich rein mit semantischer und logischer Analyse nicht besonders weit, weil die eigentliche Pointen literarischer Texte dabei typischerweise nicht erfasst werden, sondern die sich auf ganz anderen Ebenen abspielen. Muss ja so klar sein, das ist eine relativ dürre und extrem partielle Betrachtungsweise mit der Logik, aber Sie bekommen eben, und das ist der Witz der Sache, Sie bekommen eben die logischen Relationen, insbesondere die Folgerungsrelationen, die haben Sie dafür ganz scharf auf dem Schirm. Und sobald die wichtig sind, dann kommen Sie um die Logik absolut nicht herum. So, so viel zum Begriff der Konsistenz und wir brauchen noch einen weiteren Begriff, das ist der letzte dann der logischen Abhängigkeit, aber vielleicht haben Sie hier Rückfragen mit dieser Konsistenz. Moment, nicht der Fall. Auch nicht? Sie denken noch, vielleicht später. Gut, logische Abhängigkeit. Auch das ist ein Begriff, den wir im Alltag, naja, ab und zu so ein bisschen verwenden. Gemeint ist das folgende, die Abhängigkeit von Aussagen, damit ist sowas gemeint wie, dass Sie aus der Wahrheit der Falschheit einer Aussage die Wahrheit oder Falschheit einer anderen Aussage schließen können. Dann sind die logisch abhängig. Wenn Sie also wissen, die ist wahr, dann wissen Sie, aha, dann ist die auch irgendwie wahr. Aber welche jetzt die die ist, das ist eine andere Frage. Also die, ähm, der mögliche Grund jetzt einer solchen Abhängigkeit kann die aussagenlogische Form sein. Muss es nicht. Kann die aussagenlogische Form sein. Es gibt viele andere Arten von Abhängigkeiten, wo Sie aus der Wahrheit der Aussage einer Aussage die Wahrheit einer anderen Aussage schließen können. Das muss nicht aufgrund der logischen Form sein. Aber wenn es eben um die Aussagenlogik geht, dann ist die, ab, der ein möglicher Grund für diese Abhängigkeit, in diesem Fall eben die aussagenlogische Form. Und hier gibt es vier Möglichkeiten, wie diese Abhängigkeit zwischen zwei Aussagen A und B aussehen kann. Also A, wenn sie, wenn B aus A logisch folgt oder A aus B logisch folgt oder nicht B aus A logisch folgt oder A aus nicht B logisch folgt. Und jetzt werden Sie kombinatorisch sagen, Moment, es gibt aber in Wirklichkeit acht solche Möglichkeiten mit dem Nicht- und der Folgerungsbeziehung. Also zum Beispiel ist ja hier nicht dabei, dass aus nicht A zum Beispiel B folgt. Zum Beispiel, das ist hier nicht drin. Ja, und das muss man sich jetzt schnell anschauen. Und das liegt einfach daran, dass diese weiteren vier Möglichkeiten, die übrigen kombinatorischen Möglichkeiten, also aus nicht A folgt B oder aus B folgt nicht A, aus nicht A folgt nicht B und aus nicht B folgt nicht A, bereits in den obigen vier enthalten sind. Und das liegt daran, dass die jeweils mit den genannten vier Möglichkeiten gleichwertig sind. Zum Beispiel ist die Behauptung, dass nicht A folgt B mit nicht B folgt A gleichwertig ist. Also wenn Sie das eine wissen, wissen Sie auch das andere. Wir sind einfach äquivalent miteinander. Ja, das ist die Behauptung. Also dieses nicht A folgt B, das ist ja die erste Möglichkeit, die oben nicht dieses hier, die ist hier oben nicht enthalten. Und jetzt wird aber behauptet, dass dieses hier mit dem nicht B folgt A, äquivalent ist, gleichwertig ist. Und das möchte ich Ihnen eben zeigen, das geht sehr schnell. Die Begründung geht folgendermaßen, wenn wir haben in diesem Fall, dass nicht A folgt B. Das ist das gleiche wie, dass nicht A pfeil B logisch wahr ist. Das ist die Definition der logischen Folgerung. Ja, dann ist logisch wahr die Implikation, das Konditional. Ja, das ist logisch wahr. Wenn dieses hier logisch wahr ist, dann können Sie mit dem Transpositionsgesetz statt nicht A pfeil B auch schreiben, nicht B pfeil nicht nicht A. Also Sie wissen das Transpositionsgesetz, das ist eine von den äquivalenten Umformungen. Wenn Sie ein Konditional haben, dann können Sie vor die beiden Glieder jeweils nicht davor schreiben und umdrehen. Also ich schreibe hier ein nicht noch vor das nicht A, das ist dieses hier und das wird das Hinterglied und das jetzige Hinterglied kommt eine Negation nach vorne und wird nicht B. Das ist also das gleiche. Also wenn dieses hier logisch wahr ist, dann ist auch nicht B pfeil nicht nicht A logisch wahr. Und jetzt können wir das vereinfachen, nämlich hier, Prinzip der doppelten Negation, dann bekommen wir logisch wahr nicht B pfeil A und wenn nicht B pfeil A logisch wahr ist, dann bedeutet das, dass A logisch folgt aus nicht B. Das sind einfach die Äquivalenzen, die ich verwendet habe und die Definition der logischen Folgerung, die ich hier verwendet habe und das bedeutet, dass dieses hier äquivalent ist mit diesem hier und darum brauche ich diese Möglichkeit bei der Aufzählung oben der vier Möglichkeiten nicht zusätzlich aufzuzählen, weil sie nämlich enthalten sind in den anderen. Diese vier Möglichkeiten, die sind unabhängig voneinander, da kann also jedes zutreffen und das andere nicht, die sind unabhängig voneinander und deswegen werden sie hier einzeln genannt. Also, wenn Sie sich das nicht merken wollen, das ist auch gar nicht so extrem wichtig. Wichtig ist einfach, dass es bedeutet, dass Sie logische Beziehungen haben, Implikationsbeziehungen, also logische Folgerungsbeziehungen zwischen Aussagen, wenn Sie sagen, zwei Aussagen seien logisch voneinander abhängig oder logisch, ja, seien logisch voneinander abhängig. Und dann kann man die Definition sehr leicht hinschreiben, wieder, Sie haben sich jetzt daran gewöhnt, hoffe ich, dass die Definitionen immer diese Zweischrittdefinitionen komprimiert sind in diese einschrittige Definition, seien A und B Aussagen oder aussagenlogische Formeln und dann kann man sagen, A und B heißen aussagenlogisch abhängig genau dann, wenn entweder gilt A, wenn gilt, nicht entweder, wenn A impliziert B oder B impliziert A oder A impliziert nicht B oder nicht B impliziert A gilt. Das sind die vier Möglichkeiten. Ja? Der ist dort schon, der ist dort schon abgedeckt. Ja, das Oder ist natürlich, deswegen habe ich mich korrigiert vorhin, mit dem Oder nicht entweder, sondern der ist natürlich mit abgedeckt mit dem Oder, mit dem einschließenden Oder. Aber Sie haben völlig recht, das ist hier, man muss hier sozusagen dazu sagen, dass dieses Oder hier ein einschließendes Oder ist. Ja. Also klarerweise wird man sagen, das darf natürlich nicht, wieso sollte es ausschließend sein? Sonst einfach die Meinung, sobald irgendwelche logischen Beziehungen zwischen denen bestehen, in dem Moment habe ich eben logische Abhängigkeit und logische Äquivalenz ist eine besonders starke, die hier natürlich mit eingeschlossen ist, sobald ich das einschließende Oder nehme. Da haben Sie völlig recht. Gut. Sonst noch Fragen? Nicht im Moment. Jetzt gibt es zwei wichtige Spezialfälle, das sind zwei Begriffe, die Sie immer wieder hören, mit denen auch immer wieder sehr viele Fehler gemacht werden. Das ist der Begriff der Notwendigkeit, logischen Notwendigkeit und des logischen Hinreichendseins. Also das ist etwas, was Sie immer wieder lernen, etwas ist notwendig oder etwas ist hinreichend und diese Begriffe des Notwendigseins und Hinreichendseins kann man jetzt auch wieder in der aussagenlogischen Verengung sozusagen formulieren, aber Sie lernen dabei das Prinzip, nämlich seien A und B Aussagen oder aussagenlogische Formeln, dann ist A aussagenlogisch notwendig für B genau dann, wenn gilt B impliziert A gilt oder aus B folgt logisch A. Das werden Sie jetzt sagen, Moment, das ist aber doch komisch. Das logisch Notwendige sollte doch so sein, dass aus dem dann das andere folgt, das ist aber nicht der Fall. Beachten Sie also, dass das für B Notwendige, dass das für B Notwendige logisch aus B folgt und nicht eine Voraussetzung ist, also was man sozusagen, wenn man nicht darüber nachdenkt und zwar etwas für B Notwendiges liegt immer vor, wenn B vorliegt. Das bedeutet die Notwendigkeit. Also wenn etwas notwendig ist für das Vorliegen von B, dann wissen Sie, wenn immer ich B habe, dann ist auch das andere da, das dafür Notwendige. Und das bedeutet, dass Sie aus dem B das A folgern können. Es ist also gerade nicht so, wie man es vielleicht im ersten Moment sagen sollte, dass das Notwendige, aha, das bedeutet dann, dass das andere aus ihm folgt. Nein, so ist es gerade nicht. Sondern etwas ist notwendig für, also es ist notwendig, dass ein Junggeselle ein Mann ist. Eine notwendige Bedingung an dem Begriff des Junggesellen bedeutet, dass Sie aus Junggeselle sein folgern dürfen, Mann sein. Und nicht umgekehrt. Sie dürfen nicht aus Mann sein folgern, Junggeselle sein. Das ist einfach falsch. Also das Notwendige ist dasjenige, was etwas blumiger gesagt präsent ist in der Sache, für die es notwendig ist, sodass Sie, wenn Sie die Sache haben, daraus folgern können, dass das Notwendige dort präsent ist. Also gerade umgekehrt, wie man es vielleicht intuitiv im ersten Moment sagen soll. Und es gibt natürlich noch einen weiteren Begriff. Also hier soll ich vielleicht noch dazu sagen, ist die Quelle dieser Notwendigkeit wieder die Aussagenlogik? Das muss nicht so sein. Es gibt auch andere. Das Beispiel, das ich gerade genannt habe, also es ist eine notwendige Bedingung für einen Junggesellen, ein Mann zu sein. Dort ist die Quelle nicht die Aussagenlogik, sondern die Semantik. Das ist die Bedeutung des Wortes Junggeselle. Weil in Junggeselle halt drinsteckt, dass ein Mann ist. Sonst sagt man Junggesellin im Deutschen. Also bei Friend im Englischen, da ist das Englische, ist dort viel netter. Im Englischen muss man nicht zugeben, ob jemand Mann oder Frau ist, vielfach. Also im Englischen können Sie das verschleiern. Im Englischen können Sie sagen, I went out with a friend yesterday. Ja, da können Sie sagen, ich war mit a friend unterwegs. Und Sie müssen nicht Farbe bekennen, ob es Mann oder Frau war. Wenn Sie das im Deutschen, müssen Sie Farbe bekennen. Also Sprachen machen nicht nur was möglich, sondern Sprachen zwingen auch zu etwas. Ja, in dem Fall ist das Englische sozusagen praktischer, wenn man sowas verschleiern möchte, wie die Geschlecht, was das Geschlecht von jemandem ist, mit dem Sie sich gestern getroffen haben. Also hier ist es so, im Deutschen, dass das Wort Junggeselle eben Bachelor ist, glaube ich, auch neutral. Diesbezüglich kann man auch für Frauen verwenden. She's a Bachelor. Während Sie im Deutschen eben bei das Geschlecht angeben müssen, wenn Sie Junggeselle verwenden. Und deswegen ist eben das ein notwendiger Teil, ein Bestandteil dieses Begriffs des Junggesellen. Deswegen eine notwendige Bedingung für die Anwendung dieses Begriffs, die korrekte Anwendung des Begriffes. Und deswegen, wenn Sie von jemandem wissen, er sei Junggeselle, können Sie auch folgern, dass er ein Mann ist. Dass er ein Mann ist. Steckt natürlich auch im Deutschen dann schon dort wieder drin. Also es gibt analog den Begriff der hinreichenden Bedingung, der umgekehrte Fall. Und der ist eben so, seien A und B Aussagen oder aussagenlogische Formeln. A ist aussagenlogisch hinreichend für B genau dann, wenn B aus A logisch folgt. Das hinreichend sein bedeutet eben, wenn Sie das A haben, dann ist das hinreichend für die Präsenz von B. Das heißt, es folgt eben zwangsläufig aus dem A bereits dieses B. Wie gesagt, das ist der Spezialfall des aussagenlogischen Notwendigseins und hinreichendseins. Und wie bei der logischen Abhängigkeit, wie bei dem logischen Widerspruch, wie bei der logischen Konsistenz ist das nur eine mögliche Quelle. Und zwar eine relativ spezielle Quelle, an der Sie aber das Funktionieren dieser Begriffe verstehen können für diesen Spezialfall, dass eben die aussagenlogische Form oder eine aussagenlogische Form für diese Relationen verantwortlich ist. Es werden oft genug notwendige und hinreichende Bedingungen miteinander verwechselt. Und das Deutsche ist wirklich schwierig, weil man sprachlich Sätze erlaubt sind, die vom logischen her extrem dubios sind, wenn Sie zum Beispiel sagen, aber das A, das würde doch das B bedingen. Bedingungen. Also das ist etwas, was man im Deutschen sagen kann, ja, aber wenn du, weiß nicht, wenn du die Steuern senken willst, dann bedingt es doch eine, weiß nicht, Reduktion der Geldmenge oder sowas. Sowas kann man ohne weiteres sagen, wenn man drüber nachdenkt, hat man keine Ahnung, was das heißen soll. Weil dieses Bedingen nicht klar ist, ob es notwendig ist oder hinreichend, sondern ein riesiges Wischiwaschi ist. Sie wissen manchmal sogar gar nicht, was das Bedingte und was das Bedingende ist. Diejenigen, die den Kant-Kurs bei Herrn Hübner gemacht haben, werden sehen, haben gelernt bei der Deduktion, der Transzendentalen Deduktion, dass das bei Kant auch manchmal durcheinander geht. Das Deutsche ist dort ganz schlecht, weil es wirklich schlechte Unterscheidungen macht. Man muss da immer sehr vorsichtig sein. Also bei mir geht es sozusagen immer, wenn ich im Zusammenhang von Argumentieren was von Bedingungen lese, ist meine erste Frage immer, was bedingt was und ist es notwendig oder hinreichend? Sonst wissen Sie einfach nicht, was es heißen soll, denn es ist ja sehr verschieden, ob was notwendig oder hinreichend ist. Das eine ist, also wenn A notwendig ist für B, dann heißt es aus B folgt es. Wenn A hinreichend ist für B, dann heißt es B folgt aus A und das ist wirklich verschieden, wie die logische Relation hier ist. Und man macht auch unter anderem wegen dieser sprachlichen Verführung, aber nicht nur deswegen, vielfach Fehler, dass man notwendige und hinreichende Bedingungen verwechselt in Argumenten und die Argumente gehen dann nicht so gut durch, wie sie eigentlich tun sollten. Das ist also relativ wichtig. Es gibt dann noch eine Kombination, das was Sie auch in der Mathematik viel dann hören, A ist notwendig und hinreichend für B, genau dann, wenn A äquivalent B ist. Und das können Sie dann in Übung 2, 21, da können Sie die Ergebnisse ablesen. Ha, die haben Sie noch nicht gemacht, also müssen Sie Übung 2, 21 jetzt erst machen. Darum steht das zweimal da. Also notwendig und hinreichend bedeutet einfach äquivalent und das, soweit Sie noch Mathematik irgendwie im Ohr haben, das ist einfach, wenn zwei Dinge, wenn etwas notwendig und hinreichend ist für etwas anderes, dann können Sie die gleich sozusagen gleich behandeln und gleich behandeln bedeutet eben logische Äquivalenz und logische Äquivalenz bedeutet eben gerade, dass bezüglich aller Folgerungen und bezüglich aller Voraussetzungen aus denen das folgt, die beiden Dinge eben identisch sind. Das können Sie in Übung 2, 21 dann üben. So, und das war jetzt das Ende des technischen Teils der Aussagenlogik, jedenfalls was den ersten Durchgang anlangt. Wir werden da nochmal zurückkommen in Kapitel 4 aus Gründen, die Ihnen jetzt noch ganz undurchsichtig sind. Und wir kommen jetzt zu Dingen, die eine sozusagen philosophische Reflexion nochmal auf verschiedene Themen hier darstellt. Zunächst aber noch die Frage, ob Sie noch Fragen haben. Gut, dann kommen wir jetzt wieder zu etwas sehr Interessantem. Und zwar zu drei Fragen, die in den Logikbüchern, in den traditionellen Logikbüchern sehr, sehr unterschiedlich behandelt werden. Ich werde auch auf eines dieser Logikbücher dann Bezug nehmen. Und es sind wirklich Fragen, die mich jedenfalls an der Logik immer fasziniert haben, sozusagen das Wahrheitstafeln ausrechnen, habe ich nie so riesig faszinierend gefunden. Das ist sozusagen etwas unterkomplex, wenn man ein bisschen mehr Mathematik kann. Aber die philosophischen Fragen der Logik, die finde ich eben sehr interessant. Es wird Ihnen ja nicht ganz entgangen sein, wie wir diese Fragen der logischen Paradoxien, dort Aussagenlogischen Paradoxien diskutiert haben, weil man dort wirklich in interessante und merkwürdige Fragestellungen reinkommt. Und ich möchte jetzt drei Fragen nochmal diskutieren, nämlich nochmal das Thema Aussagen, das ich ganz am Anfang schon angesprochen hatte, der Vorlesung, dass ich Ihnen sagte, wir haben, was den Gegenstand der Logik anlangt, mehrere Möglichkeiten, was wir denn als Aussage verstehen wollen. Also ein Aussageereignis, dass jemand was sagt, das gesprochene Wort oder eine konkrete Inschrift oder solche oder Äußerungen, also Äußerungen oder ob das so Schemata sind oder ob das was, also was auch immer das ist oder ein Schriftbild, was immer dann Aussage ist. Ich hatte darüber gesprochen und auf diese Frage möchte ich nochmal zurückkommen, weil sich hier ein sehr interessanter Aspekt auftut in der Aussagenlogik, wie man dieser Frage etwas auf den Leib rücken kann. Das zweite wird sein, die Diskussion der Frage, ob die Logik eigentlich eine Rechtfertigung des logischen Schließens liefert. Also wenn man sich fragt, was ist denn die Logik eigentlich, was soll sie uns eigentlich liefern, dann ist es naheliegend und wird auch in vielen Büchern suggeriert oder explizit ausgesprochen, die Logik ist diejenige Disziplin, die uns erklärt, warum bestimmte logische Schlüsse erlaubt sind, warum die legitim sind und eine Begründung dafür liefert, warum wir logisch schließen dürfen in der Weise, wie es uns die Logik lehrt. Und schließlich in einem dritten Punkt, auch ein sehr interessanter Punkt, werden wir uns anschauen, ob es nicht Zirkularitätsprobleme gibt zwischen der Objekt- und Meta-Ebene, nicht in der Weise, wie Sie jetzt bisher hier die Objektebene und die Meta-Ebene angesehen haben, sondern noch eine Ebene höher, nämlich Meta-Meta-Ebene, nämlich die Ebene, auf der man redet oder von der her man redet, wenn man Logik einführt. Und da könnte es Zirkularitätsprobleme geben und die werden wir uns genauer anschauen und die sind eigentlich auch ganz interessant. So, ich beginne aber hier erst mit Aussagen als Objekte der Aussagenlogik. Also das war ganz am Anfang schon klar, ich musste es einfach ansprechen, dass wir bei den Sätzen es zum Teil eben mit Aussagesätzen zu tun haben und zum Teil nicht mit Aussagesätzen, dass wir in der Logik, in der zweiwertigen Logik uns dann auf Aussagen beschränken, die wahr oder falsch sind und dass dann die Frage ist, was für ein Gegenstand ist denn diese Aussage hier, von der wir sagen, wir können sie also mit einem und mit einer anderen Aussage verknüpfen zu einer neuen Aussage, um was für eine Art von Gebilde handelt es sich hier. Ich hatte Ihnen damals fünf Varianten genannt und wir wollen jetzt mal schauen, ob man dort noch etwas mehr herausholen kann aus dem, was wir bisher gemacht haben und die These wäre, jawohl, das kann man. Zunächst möchte ich rekapitulieren, dass ich öfters behauptet habe, dass man bei aussagenlogischen Folgerungen die Wiederholung von Teilaussagen voraussetzen muss. Also dafür hatte ich Beispiele gebracht, Sie erinnern sich an das eine Beispiel, es gibt Eis oder Kompott oder was war es, ist ja wurscht, es gab Eis oder Kompott, es gibt kein Eis, also gibt es Kompott und dass diese logische Folgerung, der Prototyp einer einfachen aussagenlogischen Folgerung natürlich davon lebt, dass in den Prämissen Aussagen vorkommen, also Teilaussagen, die in der Konklusion ebenfalls wieder vorkommen, plus natürlich die Jungtoren. Und das hatte ich einfach so erzählt und das war auch plausibel aufgrund der Beispiele, aber es ist auch nicht mehr als plausibel. Es könnte ja Beispiele geben in der Logik, wo man aussagenlogische Schlüsse hat, die nicht aufgrund der Wiederholung von Aussagen, unter anderem aufgrund der Wiederholung von Aussagen, gültige Schlüsse sind. Könnte ja sein, rein theoretisch. Ja, das möchte ich als erstes sozusagen eliminieren, diese Möglichkeit, denn es ist tatsächlich so, dass aussagenlogisch gültige Schlüsse notwendigerweise davon leben, dass Teilaussagen wiederholt vorkommen. Und dafür gibt es ein, das kann man Theorem aufschreiben und einen Beweis dafür führen. Ich werde Ihnen das Theorem hier nicht vorführen. Das Theorem besagt einfach, wenn Sie eine aussagenlogische Wahrheit haben und darauf läuft es ja hinaus, dass Sie ein konditionaler mit einer Aussagen, dass dann aussagenlogisch wahr ist, das ist die Definition der logischen Folgerung, dann kann das nur sein, dass mindestens eine Teilaussage in diesem konditional wiederholt vorkommt. Sonst können Sie einfach aufgrund der Kombinationen, die es gibt mit den Jungtoren, keine aussagenlogische Wahrheit herstellen. Das funktioniert einfach nicht. Also intuitiv kann man sich das vorstellen. Stellen Sie sich nur vor, Sie haben irgendeine Formel dastehend mit dem konditional in der Mitte und lauter verschiedene Satzbuchstaben. Ja, da können Sie sich schwer vorstellen, dass ich das sozusagen so kompensieren kann, dass unter allen Möglichkeiten immer unter der Hauptspalte nur das Wahr steht. Also weil Sie einfach so dann wählen können, dass das nicht passiert, also unter bestimmten einschränkenden Voraussetzungen, die sind aber harmlos. Also, es lässt sich jedenfalls beweisen, das ist ein Theorem, an dem ich relativ lang rumgebastelt habe, von dem ich überzeugt bin, dass es in den 20er oder 30er Jahren irgendwo schon mal bewiesen worden ist. Ich habe dann mit mathematischen Logikern gesprochen, die wussten das aber auch nicht, ich habe es aber nicht gefunden und dann habe ich diesen Beweis selber geführt und der ist in dem Buch, in meinem Buch ist er drin auf Seite 273 folgende, das ist technisch gesprochen ein Induktionsbeweis nach der Zahl von Vorkommnissen von Satzbuchstaben. Wenn Sie den Beweis anschauen, werden Sie ihn nachvollziehen können, das ist der einfachste Beweis, den ich nach vielen Jahren gefunden habe. Also besonders elegant ist er nicht, aber mir ist nichts Besseres eingefahren. Also die These ist jetzt, also das ist jetzt keine These mehr, sondern es lässt sich einfach beweisen, dass die Wiederholung von Satzbuchstaben fundamental ist für das Vorliegen von logischen Folgerungsbeziehungen. Also in dem Moment, wo Sie von logischen Folgerungsbeziehungen sprechen, setzen Sie voraus, dass die Aussagen, die Teilaussagen, die in der Aussagenlogik, die Teilaussagen, die drin vorkommen in Ihren Prämissen und in Ihrer Konklusion, dass die wiederholbar sind. Deswegen wird hier auch von Vorkommnissen gesprochen, Vorkommnissen von Satzbuchstaben. Es ist ein und der gleiche Satzbuchstabe, der mehrfach vorkommt. Und das setzt voraus, dass Sie wissen, was Sie tun, wenn Sie einmal P schreiben und dann nochmal P schreiben. Da haben Sie einfach dieselbe Bezeichnung, also zweimal das Vorkommnis von diesen P und das bedeutet, dass dort, wo dieses P steht, in der logischen Form, davor Aussagen standen und zwar die gleichen Aussagen, nämlich zum Beispiel das Haus ist schön, stand einmal da und beim anderen Mal ebenfalls das Haus ist schön. Und Sie setzen voraus, dass das, wofür dieses das Haus ist schön, das ich jetzt so ausspreche, was das bezeichnen soll, etwas ist, was wiederholbar ist. Und diese Tatsache ist nicht trivial, denn etwas, was einer Wiederholung fähig sein kann, ist sicher kein konkretes Ding. Konkrete Dinge in der Welt sind immer Individuen, Einzeldinge. Ein konkretes Ding ist niemals wiederholbar, das sind alles Unikate. Alles, was Sie auf der Welt hier so vorfinden, sind alles Unikate. Sie können zwar sagen, zwei Dinge gleichen einander wie ein Ei dem anderen. Das sind aber trotzdem zwei Eier. Die sind nicht identisch miteinander. Sondern sobald Sie ein physisches Ding haben und physisches Ding ist in einem weiten Sinn, auch eine Äußerung. Wenn ich jetzt sage, hier stehe ich und kann ich anders. Das ist jetzt vorbei, diese Aussage. Die war zwei Sekunden lang und die ist unwiederholbar. Wenn ich jetzt wieder sage, hier stehe ich und kann ich anders. Natürlich sage ich den gleichen Aussagesinn irgendwie, aber die physische, als physisches Vorkommnis ist das ein neues historisches Ereignis. Heuningen sagt erneut, hier stehe ich und kann ich anders. Und wenn ich es nochmal wiederhole, dann sind die physischen Vorkommnisse immer andere. Dasselbe ist, wenn Sie einen Satz aufschreiben, das physische Vorkommnis des Aufschreibens mit den Tintenpartikeln oder Druckerschwärze Partikeln. Das sind einmalige Dinge, die nicht wiederholbar sind. Sondern wir bewegen uns in dem Moment, wo wir von Wiederholbarkeit sprechen, bewegen wir uns aus dem Raum der konkreten Dinge hinaus. Und die Frage ist, wohin? Wir haben so das Gefühl, ja mit den konkreten Dingen, da wissen wir einfach Bescheid. Die bleiben hier so eine Zeit lang jedenfalls, bis sie kaputt gehen oder irgendwie aufgelöst werden. Und da fühlen wir uns sozusagen zu Hause. Wir befinden uns aber in dem Moment, wo wir logisch folgern, nicht mehr im Bereich der konkreten Dinge. Und das ist jetzt wirklich eine mathematische Konsequenz aus der Aussagenlogik. Das ist nicht was, wo irgendein idealistisch gesonnener Philosoph sich irgendwas einfallen lässt und sagt, das wäre doch so schön, wenn die Ideen und das Abstrakte irgendeine Rolle spielen. Das ist alles geschenkt. Sondern das folgt unmittelbar aus dem Formalismus. Es folgt aus dem Formalismus der Aussagenlogik, dass der Gegenstand der Aussagenlogik keine konkreter sein können. Es müssen Dinge sein, die einer Wiederholung fähig sind. Und einer Wiederholungsfähig sind konkreter nicht, sondern das sind in irgendeiner Weise, das ist jetzt der Gegenbegriff, abstrakter. Was immer das dann ist. Also so etwas wie das Schema einer Aussage. Aber da haben wir auch schon gesehen, das macht auch nicht so richtig Freude mit diesem Schema da, weil es auch nicht ganz klar ist, was das ist, ob es dann auf die Buchstabenform genau ankommt oder nicht genau ankommt und auf die Großschreibung und so weiter und so weiter. Und wenn man in andere Sprachen geht, so dass man dann getrieben wird tatsächlich, ob man will oder nicht, zu so etwas Abstrakten wie das, was ich dann nannte, eben das Ausgesagte oder der Aussagensinn oder die Proposition. Und da kann man noch viel mehr Wörter sich zusammenreimen. Die Frage ist einfach, dass man nicht so recht genau weiß, was das ist. Das ist eben ein Abstraktum, dass wir also abstrahieren, das heißt wegnehmen von irgendeinem Konkreter, also der konkreten Aussage, hier stehe ich und kann nicht anders. Und dann sage ich nochmal und dann frage ich mich, was haben die beiden Aussagen, diese beiden historischen Ereignisse im Abstand von zwei Sekunden, was haben die gemeinsam? Ja, es ist das Gleiche ausgesagt. Das Gleiche ausgesagt. Ja, das ist eben die Proposition. Ja und was ist das? Wo finde ich das? Ja, wo finde ich das? Ja, ich finde es natürlich in so einer Aussage, hier stehe ich und kann nicht anders. Das ist eben der Aussagesinn. Aber was das ist? Ja, das ist das Gleiche, wie wenn ich es nochmal sage, hier stehe ich und kann nicht anders. Fürchterlich viel hilft einem es auch nicht weiter. Das ist eben das Blöde mit diesen Abstrakter. Die kann man eben leider nicht sozusagen mit den Maßstäben, mit denen wir konkreter identifizieren und einen Finger draufsetzen. Hier ist ein Transformator und hier ist ein Zeigegerät. Da kann man den Finger drauf zeigen, kann es hochheben und herzeigen. Das können wir mit den Abstraktern nicht so machen. Die Abstrakter sind eben irgendwie was anderes und deswegen seit Anbeginn der Philosophie eine große Beunruhigung. Also die platonische Ideenlehre, das ist das Umgehen mit den Abstrakter. Es wird auch so gern gesagt, dass die griechische Antike, also die platonische, die sokratisch-platonische Philosophie durch die Entdeckung des Allgemeinen ausgezeichnet ist. Das Gewahrwerden, es gibt was Allgemeines und das Allgemeine ist kein Konkretum, sondern das ist gerade was anderes. Das ist das, womit wir konkreter charakterisieren mit Prädikaten, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und dieses Allgemeine, das eben ein nicht Konkretes ist, dessen Natur ist schwierig und eben ein großes Thema der antiken Philosophie, der Streit zwischen Plato und Aristoteles und das bleibt ein Thema der Philosophie, weil wir sozusagen irgendwie hereingeboren werden durch unseren Geist in diese Welt der Abstrakter. Wir können gar nicht anders, als sie verwenden, in dem Moment, wo wir bereit sind, Aussagen zu machen und logisch zu folgern und das ist ganz früh, das können wir schon mit zwei, drei Jahren und dann sind wir einfach drin in dieser Welt der Abstrakter und wenn man sich dann fragt, ja was sind jetzt die denn genau? Anschauen kann man die ja nicht, die sieht man ja nicht, sondern die kann man irgendwie nur denken und dann ist die Frage, ja was denke ich da, wo kommt das her, gibt es das wirklich, in welcher Weise gibt es das, wie hängt es mit dem Konkreter zusammen, wie hängen die unterschiedlichen Abstrakter voneinander ab oder hängen die gar nicht ab, was ist ihre Seinsweise und so weiter und dann sind wir einfach in dem Raum drin, in dem sich die Philosophie unter anderem tummelt und versucht herauszufinden, was hier los ist. Der Punkt ist der, den ich hier eben attraktiv finde und deswegen hat mich dieses Theorem sehr lange diesbezüglich auch beschäftigt, weil man hier sieht, dass das nicht etwas ist, was irgendwelche abgedrehten Philosophen sich irgendwie ausdenken, sondern das folgt zwingend aus dem Formalismus. Da steckt im Formalismus drin und ist keine Zusatzannahme, irgendeine Interpretation oder so irgendwas, sondern da steckt einfach in dem Formalismus drin und das ist interessant, weil man sieht, dass man von der Logik in diesen Bereich reingetrieben wird, ob man will oder dicht. Die Logik führt daher zwangsläufig ins Abstrakte, was immer das auch dann genau heißen soll. Das ist eben der Punkt, aber man wird eben reingestoßen und das finde ich einen interessanten Aspekt hier an der Aussagenlogik, der hier offenbar wird, wenn man auf die richtige Weise hinschaut. Und wie ich sagte, das ist nicht eine von außen an die Logik herangetragene Überlegung, sondern folgt aus dem Formalismus der Logik selbst, weil Sie eben aufgrund dieses Theorems wissen, Sie müssen die Satzbuchstaben wiederholen und diese Wiederholung von Satzbuchstaben, was sozusagen so unschuldig aussieht, hat eben diese Konsequenz, dass es sich nicht um konkreter handeln kann, von denen die Satzbuchstaben abstrahiert worden sind. So, das war das erste Thema. Ich hoffe, das beschäftigt Sie oder gefällt Ihnen. Das ist jedenfalls diese Frage, die ich am Anfang schon angesprochen habe. Ein Problem, das nach wie vor diskutiert wird in der Logik. Glücklicherweise, so wie ich eben am Anfang sagte, ist es so, dass diese Ungeklärtheit dieses Themas und auch die Frage, selbst wenn man sich dann sagt, okay, das sind jetzt halt Propositionen und sind halt abstrakte Gegenstände und was die genau sind, weiß ich auch nicht so recht. Das macht nichts. Sie können eben Logik durchführen, üben, programmieren, auf den Computer setzen, damit rechnen, überprüfen und das stört überhaupt nicht, obwohl sie da nicht wissen, worum es sich handelt. Das ist eines von den Situationen, die in der Philosophie übrigens immer wieder auftritt, dass sich Philosophen dann den Kopf machen um Dinge, die in der Praxis tatsächlich irrelevant sind. Wenn Sie jetzt Informatik studieren oder sowas, sagen Sie, das ist ja ganz lustig, dass kein Mensch weiß, wofür diese P's dann stehen oder was die aussagen, es ist mir aber wurscht. Das meint einfach nichts, ich kann aber trotzdem weiterrechnen, es kümmert mich einfach nicht. Und das ist auch vielfach so in anderen Bereichen, sowohl des praktischen Lebens als auch der Wissenschaft, dass sich Philosophen dann einen Kopf machen über Sachen, also nachdenken über Sachen, das ist aber hoch problematisch und die Praktiker und Praktikerinnen sagen, ja, das mag ja problematisch sein für dich, mich interessiert es nicht, denn es macht mir einfach keine Sorgen, ich kann einfach weitermachen, wie ich will. Und das ist dann eine Frage, wie soll ich sagen, des intellektuellen Temperaments, ob man Freude hat, dann da doch drüber nachzudenken und zu sagen, das möchte ich aber trotzdem wissen, auch wenn es jetzt praktisch nicht relevant ist, wenn man darüber nachdenkt, ich finde das spannend, da ist doch irgendwas merkwürdig. Und wenn man daran Freude hat, dann hat man halt Freude an Philosophie und wenn man findet, das ist verlorene Zeit, man möchte einfach vorwärts machen und dann irgendwas ausrechnen, ist auch in Ordnung, da hat man halt andere Interessen. Also da sieht man, da geht so eine Abzweigung ab, die dann eine intellektuelle Temperamentsfrage ist. Man kann jetzt daran natürlich hier gute Überlegungen anstellen, ein Kollege hat das mal gesagt, Philosophie sei Denken auf Vorrat. Nämlich in dem Sinne, weil es manchmal Probleme gibt, wo man dann auch von den Wissenschaften oder von der Praxis her auf diese philosophischen Fragen gestoßen wird, weil man nämlich merkt, dass dann doch irgendwas problematisch wird und man dann doch auf diese Fragen zurückkommen muss. Und wenn man dann sagen kann, ach, da haben ja die Philosophen schon lange drüber nachgedacht, schauen wir mal, was die da in der Zwischenzeit rausgefunden haben, dann hat man sozusagen eine gewisse Vorratshaltung an Argumenten. Naja, wie gut das Argument ist oder nicht. Ich würde anders argumentieren, Philosophie ist einfach Teil der Kultur und wir haben einen Geist und es gibt Leute, die sind dann neugierig und wollen mehr wissen und wenn man die Leute nicht abwürgen will, dann sollte man ihnen auch die Möglichkeit geben, das zu tun und dass Philosophie weiter ein Teil unserer Kultur ist, wie Astronomie und Opern und Konzerte und Theater eben auch. Okay, das gehört hier eigentlich schon gar nicht mehr hin und bevor ich hier weiterfahre, mache ich lieber die Pause, dass ich nicht abschweife und in acht Minuten machen wir dann weiter.